Ja, die heutige Sendung mussten wir unterbrechen, weil bei uns immer die Gefahr besteht, dass bei uns der Ton ausfällt bei der Aufnahmemaschine. So, und jetzt geht es weiter. Kein Wahlerfolg, also heute mit der zweiten Sendung heute, zweiten Teil. Und der zweite Teil lautet, kein Wahlerfolg ohne die Superreformen der Next Scientists for Future. Also allen, ja, ohne die Superreformen von allen Experten der anderen Seiten müsste es also eigentlich heißen. Also, ja, denn auch die Superreformen der Next Scientists for Future sollten niemals für sich alleine stehen, sondern immer von den anderen Experten, auch wenn sie noch so inkompetent sind und noch so voll sind von vorteilbringenden Irrtümern, Killer-Viren des Geistes, parasitären Memen. Aber sie müssen angegriffen werden können von diesen anderen, aus unserer Sicht allen, inkompetenten Experten. Aber es muss doch, die Auseinandersetzung muss doch Pflicht sein, ja, also alle Experten der anderen Seiten müssen die Möglichkeit haben, auch uns als externe Experten und unsere Superreformen mit Potenzial 56 Prozent der Wählerstimmen angreifen dürfen, auch wenn sie keine Chance haben, argumentativ, aber sie müssen doch die Möglichkeit haben und vielleicht gelingt es ja sogar, und das ist das Drama der Demokratie, vielleicht gelingt es ja, den anderen inkompetenten Experten, die Wählerinnen davon zu überzeugen, dass ihre schlechten Reformen besser seien als unsere. Also das ist das Schicksal der Demokratie. Das ist jederzeit möglich. Es kann sein, dass die mangelnde Klugheit der Wählerinnen dazu führt, dass schlechte Reformen gewählt würden. Nur so kann man ja auch erklären, dass solche schlechten Sachen wie Hitler und Nationalsozialismus und so weiter gewählt worden sind, zumindest irgendwie, also teilweise gewählt worden sind. Es muss also Massen an wenig klugen Menschen in Deutschland geben und das ist so, das dürfte so sein, ja. Also von daher, und bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding, Sie sollten jede Sendung im Internet immer nur mit mindestens 1,5-facher Geschwindigkeit beschleunigt hören, sonst ist das alles viel zu langsam, ne. Ja, und deswegen jetzt aber jetzt die Superreformen. Also erst einmal, was braucht man, um Superreformen zu entwickeln? Und da seien Sie sich klar, Sie haben das alles nicht. Sie haben alle, der normale Mensch in Deutschland hat einen riesigen Bildungsmangel, besonders im Bereich Naturwissenschaften. Fast niemand ist wirklich in Deutschland richtig gut in Mathematik, Physik, Chemie und Biologie. Ja, wir haben die meisten, und richtig gut, damit meine ich mindestens erst einmal das Level vom weltweit wichtigsten Denker, laut Wikipedia, Professor Richard Dawkins, ja, den wir dann wiederum um 20, 30 Jahre abgehängt haben und hinter uns gelassen haben als Weltrat und Next Scientist for Future, Schluck Wasser. Also, Sie brauchen ein ausreichend gutes Verständnis der letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses besonderen Universums mit seinen besonderen Eigenschaften und hier müssen wissen, zu jedem Punkt müssen Sie eigentlich wissen, was da abgelaufen ist und dann entscheidend wird es, als dann vor 400.000 Jahren, also ja, vor vier Millionen Jahren sich unser Sozialsystem verändert hat und wir pazifistisch, also sozusagen gelebt haben, eher eine Evolution stattfand in Richtung eines pazifistischen, urmatriarchalen von Bonobo-Schenka-Kommunismus, da waren wir richtig glücklich, weil es ist immer so, ein Lebewesen ist immer nur glücklich, wenn es in der Lebensweise lebt, für die es genetisch konstruiert ist, weil dann seine Glücksmöglichkeiten auch entsprechend angesprochen werden. Ja, zum Beispiel eine Katze, die satt ist, die geht auch auf die Jagd, weil es zu ihrer Lebensweise gehört, den Spaß zu haben an der Jagd nach Mäusen und so ist jede Art auf eine bestimmte Lebensweise programmiert und wir scheinen genetisch immer noch möglicherweise auf die urmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenka-kommunistische Lebensweise genetisch fixiert zu sein und wir sind dann durch den bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus ist uns diese Lebensweise per Unterdrückung weggenommen worden, weil der Mensch gebraucht wurde als einsamer, kaufsüchtiger Singles, Single und so weiter und so wurden wir alle zu den bösartigen, einsamen, kriegslüsternen, gewaltbereiten und kranken Menschen, wir wurden alle zu wahnsinnigend über diese vorteilbringenden Irrtümer, der Frühhändler und Frühärzte und so weiter. Jetzt schauen wir mal weiter. Ja, also hier vor vier Millionen Jahren spätestens der Eckzahnverlust, der Weg zum Pazifismus, 2,5 Millionen Jahren die Erfindung der Technik, dann vor zwei Millionen Jahren sozusagen der Homo erectus, die Evolution Richtung der Geschlechterdemorphismus ging zurück, die Evolution Richtung sozusagen urmatriarchale, pazifistische oder vollmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenka-Kommunismus lief immer weiter und dann vor 400.000 Jahren wahrscheinlich die glücklichste Phase der Menschheit und dann Erfindung von Tausch und danach irgendwann Tauschhandel, ein Professor sagt dann Fernhandel sogar schon vor 300.000 Jahren und Professor Friedemann-Schränk bringt die Zahl vor ca. 140.000 Jahren Beweise für Fernhandel und spätestens da muss ja dann die Evolution in Richtung Zerstörung von allem gelaufen sein und seitdem geht es mit uns bergab und unser Gehirn wurde dann immer kleiner und so weiter, weil quasi die Kurve ging noch ein bisschen nach oben bis 1500 Milliliter Gehirnvolumen und seitdem haben wir jetzt seit den letzten 40.000 Jahren, 0,04 Millionen Jahren, haben wir eben schon 150 Milliliter Gehirnsubstanz verloren, das kann durch toxische und genetische Faktoren in Kombination geschehen sein und wir werden weiter degenerieren und irgendwann alle am Rollator dahin schleichen, weil alles falsch ist, was wir anpacken. Ja, und deswegen braucht es eben unsere Superreformen. So, und dann gehe ich mal dahin, gehe mal in diese Richtung, gehen wir erst mal dahin. Ja, fangen wir mal nochmal an, die Bilderserie. Ich sage immer nur ganz kurz was zu den Bildern, weil ich verweise ja nur auf die 1000 Sendungen und auf die 5000 Seiten Text. Ich werde das jetzt nicht alles wiederholen, das ist ja alles da. Alles kostenlos, völlig frei verfügbar. Ja, also deswegen, der normale Mensch aufgrund seiner vorteilbringenden Irrtümer, parasitären Meme und Killerviren des Geistes in seinem Kopf, deren Opfer er geworden ist, wodurch er vollständig durchmanipuliert ist, neigt dazu nur den kooperativen Anzahl zu sehen, der Onkel Doktor meint es doch gut, der Supermarktleiter meint es doch gut, ist doch alles gesund, ist doch alles gut, ist doch alles gut und richtig, was geschieht und alles beruht doch auf Wahrheiten. Das ist sozusagen der größte vorteilbringende Irrtum im Kopf der Leute, der viele Leute manipuliert, und zwar ganz große Teile der Gesellschaft. Und die Next Scientists for Future decken eben auf, es gibt den antikooperativen Anteil und der beruht eben auf den vorteilbringenden Irrtümern oder auf kriminellen Lügen und oder auf kriminellen Lügen, ja, also sozusagen, der Arzt glaubt, dass er uns Gutes tut, wenn er in Wirklichkeit einfach nur uns eigentlich krank hält und damit mehr Geld verdient, aber es ist ihm nicht bewusst, weil er seine vorteilbringenden Irrtümer, seiner Sparte ja an der Universität gelernt hat, und wirklich glaubt, dass man anstatt zum Beispiel, anstatt ja eben Gesundheit zu fördern und Krankheit zu verhindern und dadurch ganz viele Medikamente nicht zu brauchen, dass es alternativlos sei, der zentrale vorteilbringende Irrtum ist also quasi der, dass Impfungen, Masken und Tests und Operationen, Chemotherapien, Medikamente, Bestrahlung, alternativlos sein, weil es keine Möglichkeiten gäbe, Gesundheit durch andere Wege zu fördern, wie Ernährung, gesunde Ernährung, Sport und, 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 also durch eine gesamte Lebensstilmedizin. Also der zentrale vorteilbringende Irrtum des normalen Arztes ist also, dass er die sozusagen denkt, ach, die Lebensstilmedizin ist irrelevant und unwichtig, die können nichts bewirken, es geht nicht ohne meine Medikamente. Und, und das ist aber auch vielleicht den einen oder anderen Kriminellen, sich Verschwörenden geben mag, der also kriminell sagt, ich, ich sorge dafür, dass die gesamte Weltbevölkerung krank wird, weil ich dann größere Profite für meinen Pharmakonzern mache. Das kann man nicht ausschließen. Manche haben ja diesen Verdacht geäußert bei der Opioid-Krise in USA, wo man quasi dann vermutet hat, dass es sein könnte, dass der entsprechende Pharmakonzern billig, also sozusagen den Tod von 200.000 Menschen für den Profit problemlos in Kauf genommen hätte. Aber auch das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja nicht, ich weiß nicht, ich habe nicht gehört, dass es einen Beweis dafür gegeben hat, dass hier wirklich eine kriminelle Verschwörung vorgelegen hat gegen die Weltbevölkerung. Also da, wir leben in einer Welt der Menschenrechte und damit gilt auch für den Pharmakonzern, gilt erst mal die Unschuldsvermutung. Also wir müssen sagen, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wissen wir, dass infolge der Aktivität dieses Pharmakonzerns laut den Arteberichten 200.000 Menschen in den USA getötet worden sind oder zu ihnen Richtung Tod gebracht wurden. Also deswegen, also nur der Weltrat versteht etwas vom Richtiges, vom antikooperativen Anteil in unserer Welt, der seit 400.000 Jahren unser aller Leben zerstört. Die ganzen Sparten und Behörden arbeiten nicht für uns, sondern großteils gegen uns und dafür sind die Masse der Menschen, ist dafür blind. In Wirklichkeit bereichern sich alle auf Kosten von uns, indem sie aufgrund von Vorteilbringenden Irrtümern denken, uns Gutes zu tun. In Wirklichkeit schaden sie uns und handeln faktisch antikooperativ. Also unsere Systeme schaden uns und unsere Sparten schaden uns. Ja, und wie geht das? Ich habe das tausendmal erklärt. Sie finden das in den tausend Sendungen alles wieder. Hier haben wir einen Früharzt und Frühhändler und der lebt noch in der Wahrheit und der sagt, toll, euer urmatriarchaler, pazifistischer Bonoboschenker-Kommunismus, da habt ihr starke Immunsysteme, weil ihr so glücklich seid und so gesund euch ernährt. Ich liefere euch nur einfach total frisch geernt, pflückte, naturbelassenste, absolute, super, super Bio-Früchte, Gemüse, Pflanzen und Nüsse und alles. Ja, macht es euch ein bisschen leichter, aber achtet drauf, dass alles wirklich völlig naturbelassen bleibt, denn darauf sind ja eure Stoffwechsel genetisch angepasst und wenn ich euch was anderes geben würde, dann würdet ihr krank werden dadurch. Ja, das ist ein guter Früharzt und Frühhändler. Und jetzt kommt irgendwann der erste sich irrende Früharzt und Frühhändler und der sagt, iiih, ekelhaft eure Bonobo-kommunistische Lebensweise, ekelhaft, hört auf damit, dieser ständige Sex und das ständige Stillen und der Kinder und so weiter, dieser ständige Körperkontakt, widerlich, ja. Und nö, also Krankheit, das kommt immer nur, das hat auch nichts mit dem Lebensstil und der Ernährung zu tun. Der da hat völlig Unrecht, ihr könnt ruhig einfach auch meine modernen Kunstnahrungsprodukte sozusagen essen, die sind genauso gesund. Ja, ja, da glaube ich ganz fest dran, die sind genauso gesund. Und nee, ihr werdet halt krank, weil es da so übermächtige Killer-Viren, Viren, Bakterien, Pilze, werden wir sie später nennen, so winzige Dinger gibt, die ganz mächtig sind, die irgendwie euch alle töten wollen und alles und so weiter. Die, und dagegen muss ich euch meine Medikamente und meine Behandlungen verkaufen und so weiter. Ja, und die Menschen, die das alles glauben und wenn er dann noch so eine Geschichte erzählt, dass angeblich eine Kommune die andere nachts totgeschlagen hätte und das stimmt gar nicht, aber er erzählt die Geschichte, glaubt sie selber und dann kaufen ihm die Leute aus Angst Waffen ab und denken darüber nach, über den ersten Präventionskrieg, dass sie vielleicht die Nachbarkommunen selber totschlagen sollten, damit sie nicht totgeschlagen werden können und so weiter. Und so bringt der Händler, der Waffenhändler, also dann auch mit seinen ersten Steinexten den Krieg wieder in die, wieder zurück in die Welt und die Gewalt wieder zurück in die pazifistischen, vorher pazifistischen Bonoboschenker-Kommunen und ja, und so fängt alles übel an, dass also sozusagen die Leute hier auch Angst bekommen vor ihrem liebevollen Lebensstil und fangen an, das alles zu unterdrücken. Ja, die Mütter haben keinen natürlichen Körperkontakt mehr mit den Kindern, der dauernde Sex wird unterdrückt und am Ende bleibt noch eine Zwangsmonogamie übrig, das Gefängnis als maximale Unterdrückung bleibt der Single-Zustand, der asexuelle Zustand, die Mönche und die Nonnen und so weiter, alle bleiben übrig und die monogame Zwangsehe, Gefängnisehe mit Unterdrückung aller außer dieser Monogamie stattfindenden sexuellen Befriedigungen, die werden unterdrückt und wegunterdrückt und so werden dann die Menschen kaufsüchtig, konsumsüchtig kaufen, diese ganzen denaturierten Kunstnahrungsprodukte, werden dadurch krank und werden dann abgespeist mit den Medikamenten und Impfungen unseres Früharztes und Frühhändler. Ja, und so verlief dann und dann kann der natürlich hier, weil er natürlich riesigen wirtschaftlichen Erfolg hat, während der kaum wirtschaftlichen Erfolg hat, der kann höchstens einen Nachkommen ernähren jeweils und stirbt irgendwann aus, weil der ihm natürlich Konkurrenz macht und sich immer mehr ausbreitet und der kann natürlich, weil er so viel zu verkaufen hat, als Waffenhändler, als Früharzt was verkaufen kann, als Frühhändler immer mehr verkaufen kann, weil die Leute jetzt konsumsüchtig werden, weil ja ihre Sexualität unterdrückt ist und sie brauchen ja Ersatzbefriedigung und deswegen werden sie jetzt alle esssüchtig und konsumsüchtig und später Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten süchtig. Ja, und ich rede schon wieder viel zu schnell. Das ist dann sehr anstrengend. Und hier kann er dann hier ein leibliches Kind ernähren, dann drei leibliche Enkel ernähren und vier Urenkel und so wird er der Vorfahre von Trostenwieder und Lauterbach und von den Waffenkonzernen und so weiter, von Rewe, Aldi und Lidl und Alnatura und so weiter, wie sie alle heißen und dann findet er auch ganz viele geistige Schüler hier, weil die natürlich bei ihm lernen wollen, wie man so richtig Erfolg hat. Und dann explodiert auch das, dann wird eine Akademie gegründet, plötzlich mit vielen Schülern und so weiter und seine vorteilbringenden Irrtümer werden zu den Lehrinhalten der Universitäten und Akademien. Ja, und so breiten sich dann seine vorteilbringenden Irrtümer, bewirken als in der Weltbevölkerung, als Killer-Viren des Geistes, als parasitäre Meme manipulativ und so wurden wir alle, unser Leben von uns allen zerstört. Und die Reform ist natürlich ganz einfach. Wir müssen starke positive Anreize setzen, dass also nur noch bewiesene Gesundheitsförderung und Langlebigkeitsförderung und bewiesene, ja, auch Reichtumsförderung der Menschen zu Verdienstzuschüssen führt, zu höheren Verdienstzuschüssen führt und dadurch sterben dann automatisch, blitzschnell diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer aus und verschwinden wieder und übrig bleiben die Wahrheiten, die der Weltrat und die Next Scientists for Future gesammelt haben wobei es sicherlich so ist, dass viele Wahrheiten ausgestorben sind, aber ich hoffe, dass wir die wesentlichen Wahrheiten schon wieder reaktivieren konnten, denn die sind ja in den letzten 400.000 Jahren immer ausgestorben im Wettbewerb mit den vorteilbringenden Irrtümern, der erfolgreich Konsumsucht erzeugt haben, den Frühhändler, Frühärzte und Frühwaffenhändler sozusagen. Ja, und jetzt haben wir eine Menschheit, die durchmanipuliert ist und kriegslüstern ist, krank ist, kaputt ist, sich falsch ernährt, falsch lebt, voll ist von Ängsten gegenüber Sexualität und Liebe und, und, und. Und das sind alles wie Osho Bhagwan Shri Rashnish, ein Philosophie-Professor aus Indien, der immer noch berühmt ist, weltberühmt, Osho Bhagwan Shri Rashnish, mit dem ich auch mal persönlich gesprochen habe, der sagte ja immer, die ganze Menschheit ist wahnsinnig, ja, und das ist auch, trifft auch so, denn wer voll ist von oben bis unten, mit vorteilbringenden Irrtümern, irgendwelcher Spaten, der eigenen und aller anderen Spaten, der ist einfach nur ein Manipulationsopfer und der ist eben deswegen einfach nur wahnsinnig, ja, und, ja, als Steuerungselemente, um eben zum Beispiel die positiven Anreize optimal setzen zu können, könnte man die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme verwenden, eventuell die Gesundheitsaufwanderwartungskurven könnte man verwenden, den tatsächlichen Gesundheitsaufwand, heute wären das meistens Gesundheitskostendaten, ja, und dann zum Beispiel kann man auch berücksichtigen, die Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens, kann man auch als Messgrößen verwenden, man kann nachdenken, ob man eine Sicherheitsstimme zusätzlich zur Wohlfühlstimme nimmt, um den inneren Sicherheitsapparat wieder auf Kurs zu bringen, dass er nicht mehr gegen uns arbeitet, nicht mehr antikooperativ handelt, sondern kooperativ handelt. Früher hatten wir darüber nachgedacht, über die Beitragsrückerstattung Sonderbelohnungsprämie, die die Menschen auch nochmal belohnt für die Teilnahme an den erfolgreichen Teilnehmer an der Gesundheitskommune, der Praxen, wir haben ja ein praxiszentriertes Gesundheitssystem vorgeschlagen als Gesundheitsreform, und die Steuer- und Abgabenleistung müssen wir zum Beispiel berücksichtigen, wenn wir die Leistung von Lehrkräften aller Art messen wollen, von Kita bis Hochschulprofessor, damit wir die Leistung messen können, wie weit da Menschen gefördert wurden oder Menschen zerstört wurden. Denn zerstörte Menschen werden keine gut bezahlten Jobs in der Wirtschaft oder sonst wo an Gebieten Boden kriegen, sondern nur voll sozial entwickelte, teamfähige, hochentwickelte, kreative, innovative Menschen. Und dazu müssen wir die Leistung der Lehrer messen, wie auch die Leistung der Ärzte und so weiter. Und ohne Leistungsmessung, das sind auch wieder vorteilbringende Irrtümer, natürlich wünscht sich jede Sparte, die Lehrer und die Ärzte, dass sie bitte schön leistungslos einkommen, ohne jegliche Leistungsmessung, einfach mit Geld überschüttet werden, von Ihnen, liebe Wählerinnen. Aber Sie, liebe Wählerinnen, sollten ja ein Interesse daran haben, dass diese Gelder nicht ohne Leistungs- und Qualitätsmessung ausgeschüttet werden an die Lehrer und an die Ärzte. Und dass man allen Freiheit gibt, dass man jeder Lehrer und jeder Arzt und jeder Heiler und Wunderheiler seine eigene Behandlungsmethode völlig frei wählen kann. Das geht eben auch nur, wenn man dann die Scharlatane rausfiltern kann durch die Leistungsmessungen. und durch die Leistungsranglisten und die Transparenzranglisten und so weiter. Nur so können Sie verhindern, dass sich sonst lauter Scharlatane ausbreiten, sowohl im Bildungsbereich als auch im Quacksalber sich ausbreiten, auch im Medizin-Gesundheitsbereich. Ja, und dann einer der größten vorteilbringende Irrtum ist, diese Normalverteilung gäbe es ja gar nicht. Also es gäbe nicht die Tatsache, dass es die Menschen, dass es die Mutanten mit den großen Gehirnen gäbe und die mit den kleinen Gehirnen. Und dass wir im Moment den Fehler machen, dass wir unseren Nachwuchs quasi hier, dass wir überwiegend die mit den kleinen Kindern für den Nachwuchs sorgen lassen und dadurch die durchschnittliche Intelligenz der deutschen Bevölkerung drastisch abnimmt und wir dadurch letztendlich unsere Weltwettbewerbsfähigkeit verlieren und dann kaputt gehen, wie das Römische Reich, nämlich weil wir alle immer noch dümmer werden und unsere Gehirne noch kleiner werden und dieser riesige vorteilbringende Irrtum, der Sozialspadler sagt ja, nö, das gibt es alles gar nicht. Alle sind Genies und deswegen können auch die Hauptschulabbrecherinnen 20 Kinder bekommen. Das ist völlig in Ordnung. Und dadurch kommt es dann dazu, dass es immer mehr Sozialfälle gibt und die Sozialspadler sind die, die davon profitieren, dass es immer mehr Arbeitslose gibt und immer mehr Sozialfälle. Deswegen propagieren auch die Sozialspadler als vorteilbringenden Irrtum, haben sie im Kopf, dass Mindestlöhne, Gewerkschaften und Tariflöhne gut seien. In Wirklichkeit erzeugen sie ein riesiges Heer von Massenarbeitslosigkeit und da können dann aber wieder die Sozialspadler in deren Betreuung gut verdienen. Und so neigt jede Sparte dazu, mit ihren vorteilbringenden Irrtümern sich an dem Kuchen in der Mitte zu bedienen und sie, liebe Wählerinnen, auszuschlachten, so gut es geht. Und das alles ohne bewusste Absicht, ohne, ohne, meistens ohne, dass es sich um Lügen, bewusste Lügen und Verschwörungen handelt, sondern das sind eben vorteilbringende Irrtümer, die glauben ihre Irrtümer, die ihnen Profit bringen, sozusagen. Ja, und dann sozusagen hier so, das ist einerseits die Weltkarte hier, Nordeuropa, Südafropa, Afrika, Australien und so weiter, ja. Und auf der anderen Seite ist es eben, ja, wir haben früher in Kommunen vielleicht bis zu maximal 100 Individuen, Frauen, Männer, Kinder gelebt. Und darauf sind wir wohl genetisch programmiert. Nur dort können wir wirklich glücklich leben, weil wir eben offensichtlich viel mehr Sexualität brauchen, als uns der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus übrig gelassen hat, nämlich eine Monogamie als Gefängnis bei Unterdrückung aller Sexualität. Und der Kapitalismus hat uns den Single-Dasein getan, wo uns außer Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten und Drogen und Medikamenten keine Befriedigungsmöglichkeiten mehr vorhanden sind, sozusagen, ja. Und dann sind wir eben der Homo shoppicus oder der shoppende Mensch oder der konsumsüchtige Mensch. Und das ist jetzt, ja, und dann, man braucht also alles Wissen darüber, wie solche naturbelassenen Kommunen funktionieren und so weiter und, ja. Und dann, ganz wichtig ist, viele haben den Irrtum im Kopf, besonders alle, die, diese, alle Menschen, die selber Diktatoren werden wollen, also die rechtskriminellen Verfassungsfeinde und die linkskriminellen Verfassungsfeinde, die wollen ja alle selber Diktatoren werden. Und die haben natürlich den Vorteil bringenden Irrtum im Kopf, dass sie eben selber glauben, hier unsere Milliardärskönige, unsere Politikkönige und unsere Journalistenkönige seien alles böse und schlechte Menschen, die man am besten umbringen müsse und dann wäre alles gut, ja. Das ist, also die propagieren quasi den Pseudokommunismus, die Revolution und die von rechts oder links und, ja, und in Wirklichkeit sind auch unsere geliebten Milliardärskönige und Politikkönige und Journalistenkönige auch nur voll von vorteilbringenden Irrtümern aus allen Seiten und sind auch nur Geschädigte und Opfer dieses Systems. Denn kein Milliardärkönig hat auch nur im Geringsten die Chance, so glücklich zu leben, wie wir vor 400.000 Jahren alle leben durften. Ja, das müssen wir erst, die Next Scientists for Future, also liebe Milliardärskönige, für euch, auch für euch, sind die einzige Rettung Weltrat und Next Scientists, weil die euch helfen können, dass ihr auch wieder zum glücklichen Lebensstil zurückfinden dürft. Ja, und dann hatten wir, früher sind wir möglicherweise reingefallen darauf, dass es bei diesen NGOs vielleicht generell immer nur um Spendengelderabzocke geht, also dass wir, daraus haben wir ja dann auch geschlossen, dass wir in Deutschland jede Form der Spendenerbetteleien muss strafrechtlich streng verboten sein und muss hochstrafbewehrt werden, sodass also auch der Bettler auf der Straße ihnen nicht mehr vorspielen darf, er sei in Not, obwohl er mittlerweile mehr, dadurch, dass er die Leute mit aggressiven Betteln dazu bringt und moralisch unter Druck setzt, in Wirklichkeit mehr Geld hat, als die meisten, die ihm was spenden sozusagen, weil die Leute unterschätzen völlig, was diese aggressiven, zwar verbotenen, aber aggressiven Bettler, so alles aus den Leuten rauspressen, das können die sich gar nicht vorstellen, diese Leute haben meistens mehr Geld zur Verfügung, als der normale Bürger jemals hat und deswegen ist das ja auch so ein regelrechtes Mafiageschäft, dieser Battle-Mafias und so weiter und meine Erfahrung ist, die sind alle durchweg kriminell von der Mentalität, es geht immer darum, die Leute sind immer ganz entsetzt, wenn ich ihnen von den Erfahrungen berichte, dass diese Leute wirklich zu 99 Prozent kriminell handeln und sind. Ja, und genauso geht es darum, auch alle Erbetteleien für Arme oder Hungernde in Afrika, all das muss verboten werden, weil wenn etwas Gutes zu tun ist, dann macht das in Zukunft unser Staat, aber dass unsere Mitbürger moralisch unter Druck gesetzt werden, dass sie gefälligst jetzt mal für die Eisbären und die Pandas zu spenden haben und ihren Geldbeutel zu öffnen haben. Diesen moralischen Erpressungsweg dürfen wir nicht mehr zulassen, spätestens seitdem wir erfahren haben, dass viele NGOs möglicherweise doch, und bei einer NGO wurde das bewiesen, von einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, dass sie die Probleme in der Welt quasi aktiv erzeugt haben, also selber erzeugt haben, diese NGOs, diese Non-Governmental Organizations, diese Nichtregierungsorganisationen, dass die aktiv die Probleme fördern und erzeugen, damit sie einen Vorwand haben, noch mehr Spenden aus ihnen, liebe Wählerinnen herauspressen zu können. Und das geht nicht. Also da wird es einen Volksentscheid darüber geben, ob wir das nicht wirklich verbieten sollten. Ja, jeder kann ja machen, was er will, aber nicht sie, liebe Wählerinnen, moralisch unter Druck setzen und anbetteln und erpressen sozusagen. Für mich grenzt die Erlaubnis des Bettelns, was ja übrigens wieder ein guter Vorteil bringender Irrtum, der Sozialspaten ist, denn die haben ja dann wieder große Profite, denn wenn Bettelai erlaubt ist, dann bleiben viele Leute Sozialfälle, weil sie damit sehr gut leben können, durch diesen Verwöhnungsaspekt, und dann haben die wieder viel Kundschaft und haben wieder viel Karrieremöglichkeiten. Das ist jetzt die Umkehrung dieser Evolution, und das ist nur, damit man sich mal vorstellen kann, hier Gravitationsgesetz von Newton. Das Regenwasser tropft so runter die Stufen und geht Richtung Massenschwerpunkt des Universums und der Massenschwerpunkt für das Regenwasser auf der Erde liegt ungefähr in der Nähe des Massenschwerpunktes des Planeten Erde. Die anderen Anziehungskräfte spielen auch eine Rolle, aber wahrscheinlich eine deutlich kleinere Rolle. Und genauso kann man auch die Evolution darstellen, das ist auch da, hier unten sind die Ressourcen, Eizellen, Spermienzellen und Futter, und da verlaufen die Evolution der Wahrheiten und der Vorteil bringenden Irrtümer, verläuft die auch so, die mimetisch-genetische Evolution auch so, dass es immer darum geht, möglichst viel von diesen Ressourcen zu gewinnen, also möglichst viel Futter, Eizellen und Samenzellen heranzukommen sozusagen. Und dann haben wir hier, das hatten wir schon, das hatten wir auch schon, und dann hier noch einmal, ja, diese linkskriminellen Verfassungsfeinde und die rechtskriminellen Verfassungsfeinde sind natürlich immer, haben immer die kleinsten Gehirne und sind am wenigsten klug und dann richtig klug sind dann hier eben nur die bodenständige Evolutions-, also die naturwissenschaftlichen, bodenständigen, realistischen, vernünftigen Linken, die Weltrat-Professoren und Doktoren und die Next Scientist for Future-Professoren, Doktoren und so weiter. Also nur hier findet sich wirkliche Klugheit und noch einige kluge Leute, mit denen man diskutieren kann, finden sich so vielleicht in den linken Teilen der CDU sozusagen, ja, und ab da wird es schon dann unterirdisch, Werteunion und, und dann wird es immer bräunlicher und dann kommen die ganzen Rechtsradikalen, ja, also linksradikale, linkskriminelle Dummheiten, dann linke, bodenständige Klugheit, vernünftige Gesprächspartner aus FDP und CDU, einige wenige und dann wird es aber auch schon wieder unterirdisch wenig intelligent und dann wird es sehr schnell braun und besonders extrem kleine Gehirne und extrem wenig Klugheit, und dann hier nochmal die Volksentscheid-Wahlprogramme, das hatte ich ja gesagt, es gibt keine Basisdemokratie ohne das Denken und Arbeiten in Volksentscheid-Wahlprogramme, wo die Wählerinnen konsensieren dürfen über die Vorschlagsalternativen zu bestimmten Reformbereichen und nicht die Parteibasis da wieder vorgreift und für Einseitigkeiten sorgt, denn wir haben ja den Gedanken aufgegeben, dass es möglich sei, eine Parteibasis als repräsentative Wählerstichprobe hinzukriegen, das wird wohl nicht schaffbar sein, deswegen muss man alle Entscheidungen in den Volksentscheiden den WählerInnen überlassen. Und wir haben ja noch in der Demokratisierungs- und Machtbegrenzungskette haben wir ja noch vier andere Wege außer Volksentscheid-Wahlprogramme und Volksentscheide haben wir noch vier andere Machtbegrenzungs- und Demokratisierungselemente, die ganz wenig Zeit kosten und völlig ausreichend sind, um wirklich dafür zu sorgen, dass nur nicht mehr die Konzerne und die Lobbyisten das Land regieren, sondern sie, liebe WählerInnen, erstmals das Land regieren. Ja, und das ist hier, man braucht halt dieses Wissen, was uns ja auch Dawkins gelehrt hat, ja, der laut Wikipedia da bei Wikipedia ja mit dem Titel quasi versehene weltweit wichtigste Denker vor dem Weltrat und vor den Next Scientists for Future, wobei die Next Scientists for Future Professor Richard Dawkins wieder um 20 bis 30 Jahre abgehängt haben und ihm voraus sind. Aber sozusagen, was er uns ja auch gelehrt hat, ist hier, dass natürlich jedes hier Ungeborene eine Aussackung, man sieht hier die Nabelschnur, eine Aussackung der Mutter ist und zugleich paradoxerweise auch des Vaters eine direkte Aussackung ist, ja, weil hier befinden sich sehr viele Gene des Vaters, wobei es ja so ist, wahrscheinlich sind ja nur einige wenige Gene des Vaters anders als die Gene, die eine Mutter, wenn sie sich selbst geklont hätte hier, sowieso auch eingebracht hätte. Also deswegen ist das gar nicht so viel. Aber man kann es auch so sagen, eigentlich sind hier in dem Kind eigentlich lauter Gene des Vaters, denn das, was die Mutter an Genen beiträgt, ist großenteils ja das Gleiche, sind die gleichen Gene wie die des Vaters und nur einige wenige sind bei der Mutter anders als die des Vaters und von daher kann man auch zu Recht sagen, dass es hier sich um eine direkte Aussackung des Vaters und der Mutter handelt. und zwar eine Aussackung in die Zukunft hinein. Stellen Sie sich das vor wie so eine Abschnürung eines Einzellers, der schnürt sich ab und diese Aussackung, die dann abgeschnürt wird, die greift in die Zukunft hinein und das ist, wie Evolution eben abläuft. Und dann diese Nabelschnur besteht noch weiter, denn die wird sofort ersetzt nach der Geburt durch diese Nabelschnur, nämlich Brustwarze und Mund des Kindes sind die neue Nabelschnur, die dann in der Natur, unter Naturbedingungen vielleicht sogar zehn Jahre bestehen bleibt, diese neue Nabelschnur, die nur bei unserer unterdrückerischen Kultur sozusagen und der Körperfeindlichkeit unserer Kultur dann unterdrückt wurde. Ja, also das war es mit unserer Bildershow, ja, das war es mit dem zweiten Teil der heutigen wissenschaftlichen Tagesschau, also noch einmal abschließend, es wird keinen Wahlerfolg geben ohne die Superreform der Next Scientists for Future und also auch und die Next Scientists for Future sollte es niemals geben ohne den Widerspruch der ganzen inkompetenten Experten, die man doch aber hören muss, die Experten der anderen Seiten, denn niemals darf etwas einseitig werden und bis jetzt, wie sieht es faktisch aus, bis jetzt haben die Neuparteien sich für einen niedrig qualifizierten Experten die Anthroposophie des Rudolf Steiner entschieden, sind damit also sozusagen auf völligen Abwägen und sind damit also auf dem Kurs ihre Partei völlig gegen die Wand zu fahren und ja, bitte liebe die Basis, bitte retten sie sich, öffnen sie sich für alle Experten, dann sind sie auch geöffnet für die Next Scientists for Future und der größte Irrtum von die Basis könnte sein, dass Laien Experten und Amateurexperten wie sie Mitglied in der Partei geworden sind ausreichen könnten, das ist quasi so die Idee, ich werfe alle kompetenten und klugen Leute der Welt weg und komme dann, nachdem ich die klugen Leute weggeworfen habe und die Fähigen und die Kompetenten alle ausgeschlossen habe, also alle anderen Seiten ausgeschlossen habe, dann komme ich über die Laien und über die Unfähigen und die Amateure komme ich plötzlich zu den Wunderreformen, weil die ja so kompetent sind, weil dann ja der Schwarm ja so intelligent ist, dass er intelligenter ist als die Leute, die das 50 Jahre studiert haben und sich 50 Jahre wissenschaftlich damit beschäftigt haben. Dieser Irrtum dürfte das Aus für die Basis bedeuten und wir wollen nicht, dass die Basis stirbt, sondern wir brauchen sie ja als Partner, denn wir dürfen selbstverständlich niemals Mitglied einer Partei werden. Wir müssen die Überparteilichkeit und die Unabhängigkeit wahren und stellen sich vor, irgendwelche Experten wie Professor Friedemann-Schrenk oder Hans-Werner-Sinn oder unsere Professoren würden Mitglied in die Basis werden und die Basis würde sich plötzlich in eine Richtung in eine bräunliche Partei entwickeln, so wie die AfD, dann wären doch unsere Professoren beschmutzt für den Rest ihres Lebens. Vor allem ist es schon jede Mitgliedschaft in einer Partei ist ja schon eine Beschmutzung. Wenn zum Beispiel ein Professor ist Mitglied der CDU, dann denke ich doch als Außenstehender sofort, der ist also auch intellektuell auf dem selben niedrigsten Niveau wie die normalen Politiker der CDU oder der Grünen oder aller Parteien ebenso sind, nämlich ganz niedriges intellektuelles Niveau. Es muss sich also da um einen besonders inkompetenten Professor handeln, denn sonst könnte er das gar nicht ertragen mit diesem niedrigen Niveau der CDU. Und so denke ich und so denken auch alle anderen wirklich klugen Leute und wenn es dann sozusagen wenn wir unsere Professoren Mitglied bei die Basis werden, dann würde doch jeder sofort denken aha ich habe von der Basis da habe ich und absolute Amateure und Laien und Anfänger gesehen also und wenn dann die Professoren des Weltrats da Mitglied sind in der Partei dann müssen die ja genauso wenig kompetent sein denn die müssen das ja irgendwie aushalten mit solchen inkompetenten Leuten da ständig an einem Tisch zu sitzen ja und also von daher nochmal ganz klar echte Experten werden niemals Mitglied einer Partei Echte Könner werden niemals Mitglied einer Partei weil sie da nur verlieren können nur beschmutzt werden können und nur von außen eingeschätzt werden dass sie genauso wenig klug sein wie die Masse der Parteimitglieder denn die Masse aller Parteimitglieder ist immer erschreckend wenig klug Sie müssen immer bedenken aus Sicht echter Experten ja aus Sicht echter Experten aus Sicht wenn sie hier stehen und aus der Sicht auf die Welt schauen aus der Sicht der Hochbegabten der wirklich Hochbegabten dann erscheinen ihnen ja alle anderen als unheimlich und erschreckend gefährlich dumm primitiv und ungeheuer dumm primitiv und gefährlich ja und deswegen haben sie doch bitte Verständnis dass niemals die wirklich fähigen Leute niemals Mitglied werden und sich damit gleich machen mit all diesen dummen unfähigen gefährlichen gewaltbereiten durchmanipulierten wahnsinnigen ja das können sie nicht erwarten ja also bitte lassen sie Realität walten machen sie sich mal klar als was sie eingeschätzt werden machen sie sich mal klar dass auch die Basis und die ganzen Neuparteien wie werden die denn in der Öffentlichkeit bezeichnet so wie das die Stuttgarter Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung mir gesagt haben nämlich das sind doch alles Corona Leugner das sind doch alles ja und dann hat nicht viel gefehlt wahrscheinlich wäre als nächster Satz noch gekommen das sind doch alles Rechte das sind doch alles Spinner und Corona Leugner und Covidioten und so weiter wie können sie als Weltrat mit solchen Leuten auch nur reden der Weltrat redet ja deswegen auch nicht mit ihnen liebe Basis sondern nur die Next Scientist for Future weil die bereit sind sich die Finger zu verbrennen ja also das ist für uns ist das eine ganz gefährliche Angelegenheit mit ihnen von die Basis überhaupt zu sprechen sie wissen das gar nicht zu schätzen Menschen dieser Gesellschaft die reden ja nicht mit ihnen weil offiziell gelten sie als rechtsradikale Spinner ja und wir sind aber bereit mit ihnen zu reden und ihnen zu helfen bitte wissen sie das zu schätzen ja wir riskieren damit unseren Ruf und das kann uns auch passieren dass der Weltrat uns rausschmeißt weil wir als Next Scientists for Future als Arbeitskreis es gewagt haben uns den Weltrat indirekt zu beschmutzen dadurch dass wir überhaupt bereit sind mit die Basis zu reden also werden sie mal realistisch hören sie auf zu träumen ja also das war und wie gesagt bitte nur die Basis wählen wir haben keine Alternative alles andere ist so viel schlechter noch als die Basis also wir können dieses Land nur retten indem alle die Basis wählen und dann aber auch ganz klar sagen hier sofort zusammenarbeiten mit Next Scientists for Future vielleicht können sie sogar noch die große Wahlniederlage jetzt in Baden-Württemberg verhindern indem sie jetzt noch kurzfristig sofort mit den Next Scientists for Future und mit ein zwei anderen Experten zusammenarbeiten und wenn wir da wieder die Ökonomie von Mankind nehmen die uns also vehement widerspricht denn ohne Widerspruch sollte es nicht abgehen also Tschüssi bis bald